Genau, zum Beispiel das Spiel hier. Erzählt sich, sieht man schon ein bisschen was davon. Jetzt weiß man schon, worum es da geht. Das ist ein Lachschlug. Nee, nicht ganz. Aber es ist ein schönes Spiel. So viel kann ich schon mal verraten. So, ihr da noch viel Spaß. So, Danko. Hallo, bis. Später dann. Und Knuckles. Und Knuckles, genau. So, nein, wir, wir, äh, so, Moment, ich warte mal noch, bis der Run losgeht. Da kann ich mich auch an und Knuckles mit ein, das fällt mir gerade ein. Finde ich sehr lustig. So, Konami-Code, wie ging er? Wer weiß es? Also im Chat jetzt. Ich, ich, ich merke mir das nicht. Ich muss mir das echt aufschreiben. Ja, aber das liegt halt auch daran, dass ich halt nicht so die Konami-Spiele damals gespielt habe. Der Konami-Code, den kannst du bei so vielen Sachen einsetzen. Es gibt Google-Seiten, auf denen du ihn einsetzen kannst. Bei Google-Seiten, es gibt Google, oder gab Google, ich glaube, die haben es mittlerweile rausgenommen, bei Internetseiten gibt es mehrere, wo man das machen kann. So, so, Run geht los. Wir spielen Sunset Riders. Sunset Riders, da kann man sich ungefähr vorstellen wie Contra im Wilden Westen. Wir haben einen Cowboy, beziehungsweise in dem Fall zwei Cowboys. Wir spielen, jetzt muss ich nochmal ganz kurz wegen dem Namen nachgucken. Billy und, äh, ach, oh, falsches, Moment, das war noch schon für She-Wi-Robo. Ähm, Billy und, 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 äh, Bob, was war das, glaube ich, ne? Genau, Billy und Bob, Entnuckles, so, da habe ich meinen Entnuckles-Gag mit reingebracht. Ähm, es gibt insgesamt vier verschiedene Spielfiguren, wobei sich jeweils zwei komplett identisch spielen. Die zwei Figuren, äh, die haben Pistolen, und zwei Figuren, die haben Shotguns. Die Pistole, mit der kann man sehr schnell schießen. Mit der Shotgun schießt man langsamer, aber die streut halt in drei verschiedene Richtungen. Und dann gibt es noch, äh, Power-Ups, silberne Sterne, äh, mit denen werden die Waffen verbessert. Also die Pistole zum Beispiel, die schießt dann, oder man hat zwei Pistolen, die schießen in zwei verschiedene Richtungen. Und die Shotgun, äh, hat einfach ein paar mehr Schüsse, also die streut ein bisschen mehr. Äh, und es gibt goldene Sterne, da können wir einfach den Schussknopf gedrückt halten, und wir schießen generell schneller. Ansonsten müsste man nämlich die ganze Zeit nachschauen. Und das ist die Grundpromisse vom Spiel, und wenn wir einmal sterben, verlieren wir unsere Power-Ups, aber davon gibt es eine ganze Menge. So, und wir müssen, äh, im Grunde einfach uns schießend durch die Level durchbewegen. Was die hier gerade machen, ist eigentlich unmöglich, aber es sieht lustig aus. Also die machen hier so so ein, äh, wie nennt sich diese Technik nochmal, wo einer immer über den anderen rüberhüpft. Auch springen, ja genau, genau, das meint ich. Ja, und wie gesagt, wir müssen uns halt durch die letzten durchkämpfen, äh, es gibt mehrere verschiedene Bosse, und jeder Boss gibt, äh, eine bestimmte Belohnung, und, äh, ja, wir wollen die alle töten. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel, am Anfang, jetzt muss ich mal nochmal nachgucken, wie er hieß, Simon, Simon Greedwell, mir ist der Vorname gerade entfallen, ähm, ja, den haben wir jetzt gerade schon besiegt. Zu zweit geht das immer ganz gut, äh, die beiden sprechen sich übrigens auch immer ab, was Technik und so angeht. Oh, der hat sogar ein rosa Haltstuch, oder ein hot pinkes Haltstuch, sieht genauso aus wie meins, geil. Ich würde sagen, das ist magenta-rot, äh, Telekom-rot. Telekom-rot, äh, ich weiß es nicht, das kann durch die Kamera ein bisschen täuschen. Ja, ja, also mein, mein Haltstuch sieht genauso aus und hat offiziell die Farbe hot pink gehabt. Ähm, aber egal. So, äh, wir sind in einem kleinen Autoscroller, hier müssen wir halt, äh, Gegner abschießen und über Baumstämme unter gleichem rüberspringen, ab und zu mal. Das ist aber an sich selbst erklärend. Ähm, ja, grundsätzlich gibt es halt noch ein paar Items, die wir einsammeln können, die dann, äh, Punkte geben, jetzt mal abgesehen von den beiden Sternen. Wobei, wenn wir zum Beispiel, äh, Silberstern schon haben und dann nochmal einen einsammeln, dann gibt er auch einfach nur Punkte, beziehungsweise eigentlich Dollar. Dollar und Punkte sind hier dasselbe. Ähm, äh, jeder Gegner gibt 100 Dollar, wenn wir ihn direkt abschießen, oder 200, wenn er, weiß ich, durch eine Explosion oder durch ein fallendes Fass gestorben ist. Äh, für Boss-Gegner gibt's 10 Dollar pro Treffer. Ähm, und, äh, halt immer auch eine feste Belohnung. Und für bestimmte Punkte teilen, also 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dafür gibt's jeweils noch ein Leben. Aber wir haben auch ein Continuous, also das Leben sollte an sich kein Problem sein in dem Run. Also wenn ich so schnell Geld verdienen würde, dann wäre ich nur, um Leute abzuschießen, Alter, ich wäre Millionär. Du würdest auf US machen, ne? Du würdest durch die Straßen durchlernen und alles abballern. Ja, also so krank bin ich jetzt nicht wie die da drüben, aber... Ja, gut, okay. Aber ist schon ein lukratives Geschäft, würde ich fast behaupten. Jojo. Jojo. Es würde auch deutlich weniger Streamer gehen. Da hätten wir mehr Zuschauer. Hm. Nein, äh, lassen wir das Thema, weil das ist ein bisschen morbide. Egal. Wie gesagt, wir müssen uns jetzt hier durchballern. Wir sind jetzt übrigens gerade auf dem Weg zum nächsten Boss, zu Hawkeye Hank, den wir dann besiegen. Und nachher gibt's sogar ein bisschen Story zwischenzeitlich. Oh, ja. Ja, ja, da werde ich aber dann später drauf eingehen. Also wir haben im Grunde jetzt erstmal... Oder sagen wir ja, das Spiel ist aufgeteilt in zwei Abschnitte, wenn man so will, oder zwei Kapitel. Kapitel 1 sind einfach irgendwelche Zufallsgegner. Und, äh, ja. Aber sagen wir die ersten drei. Außer sie sind halt, äh, gehören zu Kapitel 1 und der Rest dann zu Kapitel 2. Da erfahren wir dann was und dann haben wir tatsächlich auch eine offizielle Mission. Äh, der Community Talk, der kommt heute Abend irgendwann, ne? Äh, genau, bei Katamari. Der kommt bei Katamari. Genau. Kalamari, denke ich immer. Wie Katamari. Ja, ja. Ja, ja. Kalamari waren... Das waren die Tinten-Fischdinger. Ja. Genau. So, da haben wir jetzt Hank besiegt. Also Hawkeye Hank. So, und jetzt geht's, oder war das nach der Stage oder nach der nächsten? Ich bin mir grad gar nicht hundertprozentig sicher. Gibt's auf alle Fälle... Ja, doch, war nach der Stage, glaube ich. So wie ich die Runner gerade sehe, weil die so entspannt aussehen. Ah, und weil die Gitarre draußen ist, ja. Auf jeden Fall ist der Weg. Ähm, ja. Das ist eine Bonus-Stage. Hier kommen insgesamt 50 Gegner. Und die können wir abschießen und kriegen da Bonus-Punkte für. Interessiert uns so überhaupt nicht. Also lassen wir so einfach durchlaufen. Und die beiden machen Musik gerade. Das ist cool. Ja. Ich finde die Gitarre geil. Ja, ja. Schwarz, die ist richtig cool. Ja. Die haben die beiden auch schon bei ihrem Welt-Rekord-Run gehabt. Also, man hat halt in dem Welt-Rekord-Run nur, ähm, äh, oh Gott. Ich glaube, Space Puss ist das auf der rechten Seite. Das ist Jack Rock. Ich bin mir grad nicht ganz sicher. Ja. Weil, da hat man halt nur ihn gesehen und dementsprechend auch nur die Gitarre. Die Klöte hat man im Hintergrund aber auch gehört. Ja. Dive, Klugscheißer kann bleiben. Du bist ein Ukulele. So. Ich weiß zwar nicht, inwiefern das Sinn gemacht hat, aber egal. Dann machen wir eine gute Beleidigung. So, ähm, weiter geht's. Und zwar jetzt, äh, ist unser nächstes Ziel Dark Horse. Der gibt 30.000 Dollar. Und, also 30.000 Punkte. Und ganz wichtig, der Text sagt, dead or alive. Für uns gibt's da keine Wahl. Wir wollen die alle töten. Obwohl, ne, stimmt gar nicht. Einen Gegner lassen wir storytechnisch zumindest am Leben. Auch wenn das ein bisschen lustig ist, aber da gehe ich dann später drauf ein. So, ja, hier haben wir ein paar mehr Sprungpassagen als üblich. Die sind ein bisschen nervig. Da haben wir gerade auch mal so einen goldenen Stern gesehen. Wie gesagt, die goldenen Sterne, die sorgen dafür, dass unsere Kugeln schneller fliegen. Dass die auch größer sind. Ich glaube, das habe ich vorhin gerade erwähnt. Und, äh, dass wir, äh, den Schussknopf nicht mehr maschen müssen, sondern, dass wir, äh, dass wir einfach geduld halten können. Ja, ich glaube, das ist die beste Idee. Aber, äh, den wir wegschießen, der kann uns nicht mehr wegschießen. Also macht schon durchaus Sinn, möglichst viele Gegner mitzunehmen. So, und da sind wir auch schon direkt beim nächsten Boss. Dark Horse. Und, äh, ja, einer von beiden. Ähm, oder, äh, ja, gut, in dem Fall sogar beide. Da gibt es so unterschiedliche Taktiken. Ich kenne es halt so, dass einer immer unten bleibt und der andere dann von oben immer schießt. So, dass Dark Horse, äh, seine Attacken so ein bisschen nach oben und unten aufteilt, und man denen entsprechend ein bisschen leichter ausweichen kann. Aber, äh, ja, er wird so oder so sterben. Da ist er auch schon tot. So, und ab jetzt, äh, äh, ja gut, das nächste Level an sich jetzt noch nicht, aber am Ende des nächsten Levels, ab da geht, äh, die Story so ein bisschen auch los. Bisher war es halt einfach nur, äh, random irgendwelche Kopfgelder einsammeln. Aber ab da gibt es dann so eine zusammenhängende Geschichte. Beziehungsweise, äh, ja eigentlich ab jetzt schon, wenn man es so will. Jetzt sehen wir, dass da eine Frau aus dem Saloon rausgebrochen wurde, die informiert uns darüber, dass in dem Saloon die Smith Brothers drin sind. Die, äh, auf die ist interessanterweise auch ein Kopfgeld ausgesetzt. Und das holen wir uns natürlich direkt. Der Kampf, der kann ein bisschen sehr ekelhaft sein. Weil, äh, Moment, ich warte mal kurz. Bis man es ordentlich sieht. Und auch im Grunde, äh, auf die, äh, auf den, äh, nach, Herzen. Äh, oh Gott, ich komm gerade nicht auf das Wort. Chandelier. Chronleuchter. Ja, Chronleuchter, genau. Auf den Chronleuchtern müssen wir rauf, um die ordentlich zu erwischen. Und das Problem ist, dass wir halt immer, äh, werfen, wie man das da gerade ganz gut sieht. Und, äh, die werfen halt auch sehr gerne auf den Chronleuchter. Das heißt wir werden hier sehr, sehr oft sterben, wenn man gerade auch schon ganz gut sieht. Und sterben hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, sorgt auch dafür, dass wir unsere Power-Ups verlieren. Und da wir in dem Kampf keine neuen Power-Ups kriegen, müssen wir dann halt mit den normalen Waffen weiterschießen. So, aber das war's. So, und dafür, dass wir die jetzt besiegt haben und die Leute aus dem Saloon jetzt auch gerettet haben, auch wenn er ziemlich ramponiert aussieht, dafür kriegen wir jetzt ein kleines Handseinlage. Jihaw. Jihaw, genau. Dass wir in dem Run bisher noch nicht einmal die Wiener gesagt haben, finde ich auch interessant. Ja, und im Rahmen dieser Tanzeinlage, da sieht man's gerade, erfahren wir halt auch von, also eine von den Bar-Damen erzählt uns ein kleines Geheimnis. Und zwar, dass, wie hieß er nochmal, Rich hat irgendwas gesuchter Bandit in der Gegend, dass der sich da und da versteckt hat. Also wir erfahren sein Versteck. Aber wir werden auch gewarnt, dass er noch drei Handlanger hat, nämlich El Greco, Chief Wickham und Paco Loco. Aber unten stehen sie sogar gerade. Sir Richard Rose, so hieß er, genau. Und wir müssen jetzt erst mal durch seine drei Handlanger kämpfen, bis wir dann zu Richard Rose selber kommen. Sir Richard Rose, so viel Zeit muss sein. Und ja, das ist dann nachher auch der finale Boss. Das Level fand ich übrigens mal ganz interessant hier, weil wir auf dem Zug unterwegs sind. Wir müssen ab und zu auch diesen Holzdingern da ausweichen. Ich weiß bis heute nicht, wofür die eigentlich gedacht gewesen sind. Ob die wirklich dafür da waren, dass sich niemand auf dem Dach versteckt. Aber ja, alle Fälle müssen wir ausweichen. So, da ist auch Greco. Also El Greco, ich muss gerade nochmal nachgucken. Irgendwort fehlte da, das wusste ich. Ja, und idealerweise... Ja, okay, hat nicht ganz so funktioniert. Idealerweise können wir... Ach nee, doch, hatte doch funktioniert. Ja, okay, er ist im letzten Moment doch noch gestorben. Wenn man es richtig macht, springt er halt einmal nach vorne und dann peitscht er immer. Und wir müssen halt beim Peitschen uns einfach immer nur ganz kurz hinhocken. Ansonsten können wir die ganze Zeit auf ihn schießen. Wenn wir damit aber zu langsam sind, dann springt er nach links und dann müssen wir da so ein paar alternative Taktiken noch benutzen. El Greco der Grieche, genau. Genau. Ähm, ja, hier ist die nächste Bonus-Stage, wie gesagt. Oh, diesmal machen sie sogar ein bisschen was dabei. Muss man aber, wie gesagt, nicht machen. Es gibt halt einfach nur Bonus-Punkte. Ich weiß nicht mal, wie viele Bonus-Punkte man kriegt pro getötetem. Das werden wir ja im Beton gleich sehen. So einer wurde, glaube ich, gerade getötet, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das war 2-3. Achso, ah, okay. Das ist halt auch eine gute Gelegenheit, um mal, keine Ahnung, kurz die Finger ein bisschen auszuruhen oder sich generell kurz ein bisschen zu entspannen. Keine Ahnung, so halbe Minute oder so geht das schon verloren bei... also, naja, verloren nicht. Wir müssen ja machen. Wir müssen ja machen. Ah, 300. 300 gibt es pro Abschuss. So bei 50 Stück, äh, 500, 5.000, 15.000. Ist jetzt nicht allzu viel, wenn man mal guckt. Allein El Greco ihm hat 50.000 gegeben, also mehr als das Dreifache. Lohnt sich eigentlich nicht. So, hier haben wir ganz am Anfang des Levels eine kleine Besonderheit gehabt. Und zwar sind wir sofort geslidet. Und wir sind am Anfang eines Levels mal kurz unverwundbar. Und mit dieser Unverwundbarkeit konnten wir durch diese erste Kugel einfach durch. Das ist, äh... Einer von beiden, ich weiß halt immer nicht, wer wen steuert. Oh man, warum ist das so laut da draußen? Ähm, ja, einer von beiden ist aber gerade gestorben. Ist in dem Level aber auch nicht so schlimm, weil wir hier eine Menge Power-Ups haben. Wir werden jetzt halt die ganze Zeit nach rechts laufen, in Richtung, wenn immer einmal ganz kurz nach links schießen. Also zumindest einer von beiden. Ich schieße dann mal kurz nach links und töte dann die Gegner hinter uns. So, jetzt hier einmal über die Krippe. Ach so, ja, das da eben das gelbe Herz mit dem One-Up drauf ist natürlich ein Leben. Aber das sollte eigentlich sehr schnell sein. So, Chief Wickman, der nächste Boss. Hätte man sich schon denken können bei dem Namen, dass es ein Indianer ist. Und das ist tatsächlich der einzige Boss, den wir zumindest storytechnisch nicht töten. Wir jagen zwar weiß ich wie viele Kugeln in ihn rein, aber am Ende kommt seine Schwester und bittet uns darum, ihn zu verschoben. Und die nicht schießen. Oder ja, don't shoot my brother. Ja, das haben wir gerade mindestens 50 Mal gemacht. Aber egal. Sie sagen aber, we won't shoot him. Ja, ja. Also hier in der Statistik, das finde ich auch mal ganz interessant, sieht man welcher Spieler wie viel Prozent Schaden gemacht hat an den Boss. So, hier Spieler 1, 37 Prozent, Spieler 2, dann 63 Prozent. So, und weiter geht's mit Kakoloko. So, und ja, erstmal haben wir wieder einen kleinen Autoschroler, oder, naja, klein, der ist tatsächlich vergleichsweise lang, wie ich finde. Und hier finde ich es auch interessant, die Gegner, die irgendwo weiter hinten sind, also quasi links von uns, wenn wir so aus Cowboy-Sicht jetzt uns das angucken, ähm, die können wir abschießen, indem wir nach oben springen. Was physikalisch überhaupt keinen Sinn macht, aber, ah, es ist halt einfach so, in dem Spiel. So, wie gesagt, ansonsten einfach durch. Ab und zu müssen wir hier auch Baumstämmen auf dem Boden noch ausweichen, also rüberspringen. Ja, aber das sollte jetzt an sich kein Problem sein. Denn ab und zu bleibt man da tatsächlich als Speedrunner auch dranhängen. Ist aber jetzt auch nicht weiter schlimm. Ist immer natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn man die Power-Ups verliert. Vor allem, äh, weil das Gold-Power-Up, äh, ja, damit wird's halt deutlich angenehmer, das Ganze zu spielen. Dass wir nicht die ganze Zeit den Knopf mashen müssen, sondern einfach gedrückt halten können. Aber man schafft's auch. Also theoretisch würde man das ganze Spiel auch komplett ohne Power-Ups schaffen. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Kategorie für gibt, weil, äh, Power-Ups denen allen auszuweichen ist, also stelle ich mir zumindest verdammt schwer vor. Da haben wir wieder einen goldenen Stern, also für, äh, bessere Schüsse, also größere und schnellere Schüsse, und uns einfach gedrückt halten, statt zu mashen. Und da sind wir auch schon beim Boss. Also hier gibt's tatsächlich einen Sweet-Spot irgendwo, äh, der ist aber relativ schwer zu finden. Und an diesem Sweet-Spot kann er uns mit keiner seiner Schüsse treffen. Weil der ist sehr, sehr fixe, genau. So, und hier gibt's auch noch immer eine kleine Besonderheit. Wir haben den Kampf jetzt eigentlich schon gewonnen, aber, äh, er schießt nochmal auf uns. Mit seinen letzten, äh, ja, mit seiner letzten Lebensenergie. Und den Schüssen müssen wir tatsächlich auch noch ausweichen. So, und damit haben wir jetzt aber alle drei Handlanger von, äh, Richard Rose besiegt. Sir Richard Rose, Entschuldigung. Äh, äh, da sprengen ihm erstmal den Kopf weg. Also eigentlich wollen wir nur durch die Barrikade durch, aber außerdem lag er sehr dicht an der Dynamitranne. Dürfte nicht allzu gut für ihn ausgegangen sein, aber egal. Das sieht irgendwie aus, als würden sie die Pferde gar nicht reiten, sondern der Hintergrund sich bewegen. Ja, ist vielleicht inspiriert von den Filmen damals. Wer weiß, das wird's ja teilweise auch so gemacht. Ähm, also, was heißt hier teilweise, meistens eigentlich. So, und wir sind jetzt im, äh, äh, finalen Level. Das ist ein bisschen länger, weil's quasi mehrere Abschnitte auch unterteilt ist. Aber, ja, an sich, äh, gibt's hier auch nicht mehr wirklich was zu erklären, was wir jetzt nicht schon vorher irgendwie erklärt hatten. So, da haben wir jetzt Abschnitt 2. Am Anfang gab's auch gleich wieder einen, äh, goldenen Stern. Also irgendwo hier ist, ach so, ja, ein One-Up stimmt, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Ähm, aber irgendwo ist hier jetzt, ich glaub hier an der Stelle irgendwo noch ein silberner Stern. Das ist dann halt auch immer wichtig, wer gerade, äh, ein Stück weiter vorne rennt von den beiden Spielern. Oder war der? Okay, dann war der irgendwo schon, die haben den in dem Moment eingesammelt, ohne dass man ihn wirklich gesehen hat. So, und da oben haben wir schon, äh, Sir Richard Rose, den Boss. Wir müssen aber erstmal ein bisschen, äh, seine Hand lange erledigen und gleichzeitig den Balkon von ihm kaputt machen. Äh, äh, der blaue, äh, also Billy, steht da oben ganz gut. Da konnte er eigentlich nur von den Soldaten, äh, äh, von Soldaten, von den Cowboys, die von links kamen, angegriffen werden. So, und jetzt kommen wir schon in die Endphase des Spiels. Also im Grunde, äh, heißt es jetzt einfach alles auf, äh, Sir Richard Rose ballern, was wir haben. Und wenn er tot ist, dann der Boss ist auch. Aber jetzt bewegt er sich halt ziemlich viel. Und man sieht auch schon, äh, er ist auch tatsächlich recht flink unterwegs. Und, äh, jetzt muss ich überlegen, nee, das war's noch nicht. Ich hatte, ich wusste jetzt nicht mehr genau, ob man, äh, ob das noch die Phase ist, in der er nochmal aufsteht, oder ob das schon die Endphase war. Aber an sich unterscheidet sich die Phase jetzt auch nicht von der vorherigen. Oh, 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 oh. So, und gleiches Time. Jetzt müsste, ja, genau, jetzt ist Time, genau. Ja, das, oh, unter 20 Minuten, 19, 29, 8. Moment, ist das, ah, ne, die Quatsch, äh, 18, 47 bei der Welt und Kopf von den beiden. So, aber guter Run auf alle Fälle. Ja, war ein schöner, war schön anzusehen. Man muss jetzt im Jahr 2024, muss man sich ein paar Sachen hinterfragen. Ja, gut, das sowieso. Also, also diese, manche Sachen, die da zu sehen waren, auch von den Handlangern, da denkt man sich so, ah, Bruder. Äh, ich, du denkst da an Paco Locco, ne? Ja, gut. Ja, genau.